ja hallo zu einer weiteren folge magic die gathering arena ja ich würde jetzt mal diese quest hier spielen ok ja also ich hoffe dass man auch irgendwie dann mixen kann also ich möchte schon werden irgendwann ein schwarz-weißes dick haben wer sind es zur zur faxing ich weiß nicht genau war ich jetzt so eigentlich ist es so fast gut ja kann man eigentlich so lassen oh er spielt ein blaues deck und was kommt denn er hat man schon ja fang halt mal an er greift doch gleich an selbstverständlich würde ich ja nicht anders machen so wenn ich schaden verursacher dann kriege ich die gleiche anzahl an leben was kommt er mit einem djinn den muss ich natürlich irgendwie relativ schnell in den griff bekommen jetzt machen wir mal no attackers normalerweise müsste er jetzt angreifen macht er aber nicht ja kollegen was machst du jetzt jetzt greifst du tatsächlich an na gut ich kann den jetzt halt hier blocken mehr kann ich jetzt nicht machen mehr kann ich jetzt nicht machen das haben wir hier eine kreatur allerdings das hier macht momentan mehr sinn und ich würde sagen mit dem greif ich jetzt einfach mal an ein angreifer kriege ich wenigstens wieder ein leben zurück natürlich jetzt ganz und gar nicht aktuell weil der flying hat so machen wir den da soll ich das machen soll es nicht machen nein mache ich nicht ich mache jetzt no attackers ja das ist halt ich scheiße da hat ein zweimal ich bin jetzt schon gleich jetzt muss ich wirklich jetzt muss ich wirklich machen wir das hier einmal ja ich muss jetzt alles alles in die waagschale legen den und den wir müssen es machen ja und dann bin ich natürlich da und jetzt was soll ich machen ich kann es jetzt leider nicht ändern ja was machst du denn da noch lange rum greift doch einfach an du alter ist das dein ernst ist das dein ernst ehrlich war da überlegst du noch greift doch einfach an ich habe dann noch fünf leben die pfeife meine güte ja ist doch gut hat der da jetzt ein geschiss draus gemacht ja komm also machen wir gleich noch ein match so loxodon linebreaker sarah angel habe jetzt tatsächlich dann nur ja eigentlich müsste ich jetzt also die müsste ich jetzt austauschen mal legen ja das ist viel besser das ist viel besser was ist denn jetzt los warum kann ich denn momentan keine was ist denn hier los warum kann ich denn keine karte spielen was passiert hier denn ja 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 ich verstehe gerade gar nichts ich verstehe auch nicht was hier gerade los ist was passiert hier denn wieso kann ich hier keine karte spielen also irgendwie hoffe ich jetzt gerade nicht was hier passiert hey ich kann meine karte spielen oder was ist ja unglaublich ach so das sind ja nur instans genau was ich verarschen ja da war das gleiche problem scheinbar wie ich ich kriege etwas was ist denn das jetzt hier oh mein gott was ist das denn ach du scheiße was ist das denn das war jetzt gut wenn ich den weg bekommen habe es war jetzt gut Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, was bringt ihr das jetzt? Du kannst es auch gar nicht angreifen. Okay, also dann machen wir jetzt mal einen Angriff. All attack. Zwei attackers. Nein, was mache ich denn? Ich spiel das durch. Das ist so Quatsch. Okay, Damage. So, das sollte eigentlich mein erstes gewonnenes Match werden, so wie das aussieht. Jetzt müssen wir eigentlich mit allen angreifen. Und damit haben wir gewonnen. Ich habe mein erstes Match gewonnen. Gegen irgendjemand anderem. Ich weiß zwar nicht. Ich kann mir jetzt einen Booster kaufen. Geil. Weakly wins. Das ist echt geil. Das ist echt geil. Jetzt gehen wir mal in den Boost. Gucken wir mal nach. Deswegen kommen wir nehmen das jetzt einfach mal. Und wir schauen jetzt einfach mal da rein, was da rauskommt. Ein Boosterpack. Oh. Oh. Oh, wie geil. Das sind halt leider... Ah, hier ist was. Was hat man da? Cool. Was ist das? Cool. Was ist das? Ja, das habe ich jetzt nicht ganz genau gesehen. Was war das jetzt noch? Das habe ich jetzt nicht... Habe ich jetzt nicht ganz genau gesehen. Was war das? Hm. 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 Mega geil. Eigentlich müsste ich jetzt noch einen... einen Kampf machen, ne? Mit einem Win-Bonus. wir machen jetzt noch ein kampf ok schauen wir mal was jetzt passiert ja das ist mir allerdings jetzt hierzu das sieht schon besser aus ich brauche jetzt erst einmal kürzer kürzer kann man top machen geht das jetzt hier was weiß ich so also top keine ahnung so empfangen wir mal an mal gucken mit was er jetzt raus kommt hier hast du eine macke oder wat ja das finde ich jetzt irgendwie gar nicht so wirklich prickelnd muss ich sagen also du gehst mir gerade auf die nerven weißt du das eigentlich mit einer scheiße da ehrlich war es mir richtig auf da wieder mit so einem trick da alter hast du eine macke oder rad kollege ja ja was ist das denn was war was 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 war das denn was 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 du spinnst wohl ich greife mit beiden auf jeden fall an du kannst ja nichts dagegen tun mein freund 1 und 2 so und jetzt in der nächsten runde bist du tot wenn du jetzt nichts hast wie schön ja interessiert mich auch nicht so und jetzt reicht es immer noch nicht so wird wissen jetzt noch machen ja dein demon wird dich nicht retten können weil dann wurde die man kann aber er hilft trotzdem nichts ja kann er aufliegen kann er aufliegen oh flying trample oh das ist nicht gut das ist jetzt nicht gut flying trample flying trample flying trample flying trample jetzt muss ich erstmal wenn der jetzt angreift nein oh mein gott du auut 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 er greift mit dem einen an ok dann lasse ich den durch so jetzt kann ich erstmal das da machen destroy target da ist der schon mal weg jetzt hier flying trample ok jetzt muss echt aufpassen hat schon wieder flying trample ich werde wahnsinnig nein das verliere ich ich werde wahnsinnig er greift mit dem jetzt an scheiße 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 ja ich weiß ich weiß was solche machen ich kann es jetzt nicht ändern kann leider mit dem jetzt jetzt bin ich eigentlich am arsch was hat er gewonnen jetzt hat er gewonnen ich kann nichts mehr dagegen machen ich brauche da brauche ich auch nichts mehr zu machen das ist durch das thema notblocker ist fertig das tat jetzt weh ich brauche jetzt aber noch einen sieg ich brauche jetzt aber noch einen sieg poseidon killer ja es hilft mir ja nichts was euch machen ich habe keine keine maligen wo es maligen geht hier gerade nichts maligen ich muss maligen nehmen weil ich habe kein einziger keine einzige kreatur und ja jetzt kommen ich bleibe jetzt hier dabei also schauen wir mal die nächste runde oder muss das muss eigentlich und top top next on top kann ich auf jeden fall gut gebrauchen weißt das deck ok Ah, so was habe ich auch. Ähm, wäre schön, wenn ich das in irgendeiner Form dir heimzahlen könnte, mein Freund. Komm mal eins, bei der ersten Gelegenheit kriegst du das zurück. Ja, ha, 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 ha. Dann kommen wir erstmal jetzt mit dem hier raus. Ich brauche noch einen Scheiß, das ist entscheidend, gar nicht wahr. Ich brauche noch einen Scheiß, das ist entscheidend. Komm, macht keinen Sinn, wir warten noch, oder? Er hat Flying, der kann nicht fliegen. Ja, das ist entscheidend. Dann brauchen wir wieder einen Angriff. Was? Reconnect. Was? Wieso Connection Lost? Was ist das? Was war das denn jetzt? Oh, nee. Okay. Das Verrückte Sammler überführen, ungefähr zur gleichen Zeit. Und damit noch einen jetzt, oder was? Was war denn jetzt vor? Was war das? Na, was machst du jetzt auf? Jetzt greifst du an, oder greifst du nicht an, pro Seite und wieder. Jetzt heißt es geduld haben. Okay. Ja, jetzt muss ich jetzt mal, was machst du. Ich bin jetzt mal. Okay. Ich bin jetzt mal. Okay. Na komm schon Kollege. So jetzt müssen wir natürlich hmm 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 no attackers. Und jetzt geht's. So, dann würde ich sagen... Ja, das könnte jetzt für dich gefährlich werden, mein Freund. Viel hast du nicht mehr. Jetzt kommt er auch mit einem Meteor, oder? Mal gucken, was er... Ah, den nimmt er mir raus. Das ist natürlich... Das war jetzt natürlich bitter für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat jetzt auch sehr weh getan. Das fand ich jetzt nicht nett von ihm. Okay. 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 Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Na gut. Also. Äh. Ja. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben. Da schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schreibt es mal wieder an, wenn es wieder heißt. Äh. Magic the Gathering Arena mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Der hat einfach aufgegeben. Alter. Poseidon-Killer heißt doch nicht, dass du... Äh. Alter. Poseidon-Killer. Ah. Mann ey. Hat so ein Spaß gemacht mit dir. Ciao.